was mir auch so generell aufgefallen ist meistens wenn ich dann sterbe dann liegt es daran dass ich irgendwas nicht gemacht habe zum beispiel jetzt hier in dem einfall da habe ich die granate nicht geworfen meistens liegt es daran woops daneben und hier im anderen compound hinten bei dollar docks die kommen bestimmt nach hier fahren aus der wettkolli die sind aber doch noch mal noch mehr batterie gegangen wir müssen noch mehr batterie Ich hab ne Sticky bekommen, für den Butcher, wir sind sogar auf der Butcher Seite. Und hier, für den Butcher. nicht schon da macht man da so ein krein hat jemand wieder geschlagen oder so ich habe nichts gehört was denn für komische geräusche die ich hier mal höre weil ich zum bier macht oder so jemandem leise zu folgen ist quasi immer unmöglich funktioniert einfach nicht im moment wo du so schnell läuft wie die läufst du nämlich einfach in sie rein und dann hören sie dich und dann ist vorbei schluss noch nicht genommen ja genau der greift mich jetzt an vielleicht direkt zur station gegangen so quer rüber vielleicht sind haben wir sie auch einfach verpasst also sie sind uns entgegen gekommen aber wir haben es nicht bemerkt sie haben es nicht gemerkt ja aber die die haben doch geschossen und zwar irgendwo zwischen ich in diesem bisschen groddard docks and more battery eventuell bei dem matsch da in der nähe beim sumpf jetzt habe ich hunde hier getriggert hinterm zaun ja 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 ich kann mich nicht aufheben hm ich habe das gefühl dass die einfach durch die hunde durchfliegen die crossbows und dann an der anderen seite irgendwo liegen bleiben wo du dann halt in den boden schießt oder so ich habe noch mal ein hund gehört wo denn ach da vorne ja 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 dann, ab zur Station. Ja dann, ab zur Station. Wobei eine Clue ist an der Baustelle. Instruction Site. Ja dann, ab zur Station. Ah da läuft noch einer. Hinter der Mauer ist gerade einer lang gelaufen. Bomb Plans. Oh wow. Da vorne läuft er. Wunder Argo. Einer ist, der Bobby ist auch fit. Down. Nice. Oh wow. Das ging überraschend schnell. Ja der war von Hunden angehittet der andere. Er hat einmal crossbow, einmal uppercut. Er war auch tot. Guck mal, ist unser Springfield Boy hier. Ah. Springfield und Champions Tour. Und Lens Limmat. Ach apropos Billy, hast du jetzt den Billy bekommen? Ja ja klar. Ich glaube ich würde noch an spielen, wenn ich jetzt keinen Billy bekommen hätte. Die haben aber auch Krach gemacht. Dachten die, die wären allein noch vermögt. Wo wollten die denn jetzt gerade hin? Die Clue wurde schon genommen oder? Die war schon genommen hier. Ey Kass ist der Boss. Hm. Ich glaube. Jetzt habe ich die Frage, ob das hier jetzt zweiter Clue. Ähm ja danke. Das ist jetzt ihr zweiter Clue oder hier? Das ist jetzt ihr zweiter Clue oder hier? Ja ja. Eigentlich eher der dritte. Aber. Selbst wenn es der zweite ist, dann wäre in die andere Richtung gehen falsch gewesen. Zwei Hellfire Bombs. Hier sind Tränen. Locieren Franken. Schrepp. Schrepp. Da haben wir ihn noch ganz replace. Ja eigentlich bin ich hier in. Vielleicht kommen die Piginki einen Gerstichias und taschen. ahl. Schlapp. Ich bin froh, ich bin froh. Haben die vielleicht den Butcher gekillt und liegen lassen? Wer weiß. Ich kam jetzt nur so zurück, weil ich habe immer noch keinen weiß oder rot Anzeige. Ich habe den Butcher noch nicht gehört. Ja, der muss tot sein. Aufpassen dann, falls hier jemand kämmt. Clou wurde auch noch nicht genommen. Ja gut, das heißt ja nichts. Er liegt direkt hier um die Ecke. Da ist einer drin. Ich muss heilen. Au, au, Feuerbomb. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Ist okay, ist okay. Ich dachte, ich hätte dich anziehen. Wir haben gebanished. Oh, fuck, Bad Trip. Oh, nee, die Hive. Oh, blöde Kuh. Wo ist sie, die Hive? Keine Ahnung. Hilfe. Einer läuft auf der ersten Etage rum. Einer ist tot. Halt, nice. Er hebt wieder auf. Ich gehe rein. Ich komme mit. Down. Nice, nice. Ich mache mal gerade die Hive hier aus. Oh nein, wir brauchen eine Chokebomb. Schnell, suche eine Toolbox. Ich habe gerade eine. Du hast eine? Nein, ich habe keine. Achso. Ich will die looten. Such mal schnell eine Toolbox. Hier war glaube ich. Ja, hier ist eine. Ich habe einen bekommen. Oh, what? Okay, die können wir gleich looten, wenn wir den Boss gemacht haben. Dann kriegen wir nochmal eine Sekunde wieder. Nice. Machst Sense dazu? Krabbelt, ja, das stimmt. Hier ist Special Ammo. Special Ammo. Ja. Gerne. Dankeschön. Sehr interessant bisher dieses Match. Jo, aber kann ich mich nicht drüber beschweren. Dann holt er wirklich eine Chokebomb da aus dem Happy Meal. Denk jetzt wahrscheinlich auch, die haben mich wieder gelöscht. Er ist so, die habe ich direkt angezündet. Die habe ich direkt gelöscht. Vorsicht, zwei Meter Abstand. Ich huste. So, wo ist denn der Boss? Der liegt hier unten? Nee, der liegt hier oben, oder? Geh, check mal. Check mal. Clear. Nice. Was hat er denn gehabt? Der Wetterli und noch irgendwas. Dynamite Quacks. Dynamite Stick. Ja, das ist unser Ausgang. Wo lag jetzt die andere? Ah, okay. Das mag man schön gehört, weil ich lief hier so rein und hörte links von mir so einen Brennzaun. 500 Dollar. Oh, wow. Was geht denn da im Süden überhaupt ab? Ich denke mal, die machen da den war da im Süden. Ja, der andere Boss. Das ist da los. Warum ist da keiner? Warum macht den keiner? Also, ich habe ja eben Schüsse da gehört in die Richtung. Ich mache stark davon aus, dass da vielleicht wo irgendwer der Boss benschen wird. Mach ich das weg. Boom. Was ist denn der Meathead? Ähm, jeder war dann bei Zolltas, ne? What? Tofnia. Was ist denn der Meathead? Ich habe den doch gerade gehört, habe ich doch mir sicher. Ich habe auch noch eine Sticky für den Meathead, also. Ach, ich glaube der war ja, hier hinten war einer. Soll ich den wegspüren? Ne, ich habe ja auch Brax Dynamite Stick. Das schmeiß ich sonst nachher sowieso weg. Achso. Ich nehme das sonst nicht in den Match mit. Torfrag Bombs. Ne, der ist tot. Okay, dann kann man jetzt raus. Das war auch wieder richtig dreist. Wir machen schön den Boss und das sind dann einfach die. Ja, die Camden genau auf der Boss-Leiche, damit wenn du die Tür aufmachst, die dir genau ins Gesicht schießen können. Ja. Das war eine Chaos-Bomper um den Boden. Ich mache extra den fucking Rotter Devil weg. Da hinten wäre noch ein anderer Weg. Ich dachte, da hinten wäre noch ein anderer Weg. Schön mit dem Crossbow zweimal drauf schießen. Was macht der? Der wartet, geht raus, rüber, wenn die wieder da sind. Genie. Ja. I'm a genius. Ich habe das gar nicht mitbekommen, was du lässt. Und hier lebt. Zwei Sekunden noch und auch immer noch Cleo. Ich habe das gar nicht. Ich kann das nicht mehr verletzen. Vielen Dank.